Applaus 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 Herr? Die Kamera musst du jetzt ansehen. Ah, ja ich muss äh... Also ich muss Paule nehmen, nur... Äh, ich habe natürlich immer ein bisschen Freunde in Quader und äh, zwei Freundinnen von mir sind heute Abend da und die kommen jetzt dann grad da zu mir und es ist Nella Martinetti und Gungo. Nehmen du Platz, hast du gerade das Praline wählen, Nella? Ja, gerne. Aber gut, sag mal. Nein, darfst du das überhaupt noch bei deinem Gewicht? Das kann ich nur gut tun. Mit deinem Gewicht mache ich jetzt Furore. Ah, ja, ja. Dann nimmst du ohne Papierchen. Genau. Die meisten Kalorien sind in deinem Papierchen drin. Ach so. Gunga, willst du ein bisschen Champagner? Nein. Und Ella, nimmst du ein bisschen Champagner? Aber ich, bitte, ein bisschen Champagner für mich. Kannst du gerade hierherstellen? Ich hätte noch mal eine Flasche, gell? Ja. Das reicht ja für mich, weil die zwei nehmen ja nichts dran. Also, ihr zwei sind ja beide Sangerinnen, gell? Singst du auch Nella? Ja, ja, mit der Badewanne zum Beispiel. Ja, mit dem Freund, mit dem Jungen. Ah, weisst du was? Machst du das mit dem jungen Freund in der Badewanne? Unter der Dusche, ja. Unter der Dusche, ja. Aber singst du mit der Badewanne? Ja. Ja. Ähm. Ich habe eine Spade, sehr wenig eigentlich. Ah ja. Es ist wegen der Schminke, gell? Die geht immer gerade weg. Genau. Wegen der Frisur auch. Ja, ja. Ich domiere mich auch. Also, wenn ich mal geschminkt bin, dann kippe ich das vor, dann tue ich auch gar nicht mehr duschen. Das ist ja der Sinn. Ja, genau. Du singst ja noch, gell? Ja, sicher. Ja. Du kannst ja das Kompliment machen, das ist schon so klar. Gell? Ja, ja. Es ist... Also, du bist jetzt ja da in dem Ausland gewesen zu singen, in der Schweiz. Und die hat doch da die Kunde, die da noch international. Ja. Aber das ist ja gar keine Frau, das ist ja ein Mann. Ja. Doch. Es ist eine Frau. Ist es eine Frau? Es war ein Mann. Ah ja. Es war ein Mann, aber jetzt ist es eine Frau. Ah ja. Das finde ich aber grusig. Also, so ein Mann, der Frauenkleider anlegt, finde ich also pervers. Pervers. Das ist wahr. Einige, haben wir ja das Gefühl, ob ich vielleicht auch seine gesamte Karriere anfangen soll? Ja, warum nicht. Du hast eigentlich wirklich alles. Aber hast du schon Stimme überhaupt? Ja, ich kann schon Stimme, ja, ja. Bella musica, bella, 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 bella.